Moin moin Freunde des guten Geschmacks, wie ihr sehen könnt, ein neues Setting oder so gesehen ein altes. Wer noch nicht das wusste, der vor anderthalb Jahren hier eingeschaltet hat, das war ja immer mein öfteres Setting gewesen. Oder da hinten rechts in der Ecke, aber es wird generell irgendwann mal eine Veränderung geben, weil ich werde ja umbauen. Dann gibt es auch wirklich eine richtige Roomtour, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt nämlich erstmal die Neuerscheinungen zu Netflix 2018 im August, weil es ist ja schon wieder Ende Juli. Und dann würde ich sagen, ein kurzes Video, viel Spaß dabei, vergesst dich zu abonnieren für einen geilen Scheiß. Und dann würde ich mir sagen, wir sehen uns bei den besten und schlechtesten Filmen im Juli 2018 wieder, Kalenderwoche 23. Also viel Spaß. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.